Ich selbst bin auch ein Erstling. Guten Morgen, liebende Teilnehmende an diesem biblischen Impuls. Die tägliche Bibellese steht heute im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki, Kapitel 2, Abvers 13. Bitte lest und betrachtet das erst einmal für euch und kommt dann zu diesem Impuls zurück. Da stecken ja eine Menge ganz verschiedener Anregungen drin. Gleich im ersten Vers stolpere ich über die Aussage, Gott habe die Christen in Thessaloniki als Erstlinge erwähnt, erwählt. Erstlinge ist ein Wort aus der Ernte. Es bezeichnet die ersten Früchte. Sie machen Hoffnung auf die gesamte Ernte, die jetzt heranreift. Und sie sind im Judentum Gott geweiht. Dadurch wird deutlich, die ganze Ernte ist seine Gabe. Die ganze Ernte nehmen wir aus seiner Hand. Und die ganze Ernte gehört eigentlich ihm. Wir Christen als Erstlinge. Was will uns das verdeutlichen? Einmal sagt es uns, er hat uns das neue Leben mit ihm geschenkt. Und wir empfangen und betätigen es aus seiner Hand heraus. Es ist uns anvertraut. Gleichzeitig gehören wir in allem, was wir sind und tun, ihm. Erstlinge verweisen ja schon vom Wort her auf die Zweiten und auf die Dritten und alle Späteren. Die Christen in Mazedonien, in Philippi und in Thessaloniki sind die ersten in Europa. Mit ihnen hat Gott ein großes Werk über Jahrtausende begonnen. Wir selbst sind ein ferner Teil dieses Werkes. Gottes Werk geht weiter. Ich selbst bin auch ein Erstling. Für wen? Für alle, die durch mich auf Jesus aufmerksam werden. Vielleicht der Erste in meiner Familie. Oder die Erste in meinem Freundeskreis. Oder an meinem Arbeitsplatz. Was hat Gott noch mit mir vor? Es soll weitergehen, sagt Erstling. Das ist Grund zum Dank und zur Erwartung. Im Kapitel davor, in Kapitel 2, ging es um die große Hoffnung der Christen auf die neue Welt Gottes. Schon damals gab es Christen, die das übersteigert lebten und andere, bei denen diese Hoffnung kaum eine Rolle spielte. Was soll schon noch kommen? Erst recht heute nach 2000 Jahren. Aber wir selbst sind Erstlinge. Jesus hat in unserem Leben etwas angefangen. Wird er das mit dem Tod hinfallen lassen? Und wird er die Schöpfung einfach dem Klimakollaps oder der Verdreckung überlassen? Es kommt noch etwas Größeres, Endgültigeres. Es ist noch längst nicht alles. Die Hoffnung ist noch nicht voll ausgeschöpft. Erstlinge machen Appetit auf mehr. Auf viel mehr. Die Hoffnung ist дрển. Du siehst, immer mehr. Untertitelung des ZDF, 2020